Schönen guten Morgen, liebe Radfreaks! Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreaker Andreas Kraus. Es ist windig, es ist Herbst. Gehen wir gleich rein. Das ist meine Frau. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal auf die Fläche. Es ist ziemlich windig, aber es ist ein herrlicher Morgen. Wir haben den 5. Oktober 2023. Ich glaube, ich hole den Toro raus. Ich habe so Bock, nochmal mit dem Greens Master zu mähen. Habe ich so selten gemacht dieses Jahr. Und warum nicht? Die Sonne lacht. Noch geht's. Also zieh mich jetzt mit dem Greens Master rüber. Yeah! So. Der gute alte Toro. Mal gucken, wie Messer aussehen. Überall spinnenweben, naja. So, ich werde ihn doch mal kurz backlappen. So genial einfach, so genial einfach, das glaubt man einfach nicht. So. Der... you know, ich sch intermittete. Ich will das noch mal kurz drücken. Okay. You sure still. You can... Untertitelung des ZDF, 2020 Das sieht doch super aus. Die ganze Rost weg. 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 Das klingt gut. So Leute, jetzt haltet euch fest. Ich mähe jetzt hier das Gras hier gleich auf 12. Egal. Wir ziehen es jetzt durch. Bis zum nächsten Mal. 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 Spannende Musik Spannende Musik Na was sagst ihr Freaks? Ist das eine coole Nummer? Ich muss jetzt die Körbe erstmal aufs leeren. Boah, ein Traum. Jetzt muss ich jetzt noch mal einer Frau beichten. Mal gucken, mal gucken. Was? Wieso sehe ich übel aus? Du bist hier völlig dreckig und besprenkelt. Bist du krank oder was? Das ist die Schleifpaste. So schlimm? So schlimm. Oh je. Was sagst du? Wow. Na, hoffentlich kann er das ab. Ja, das hoffe ich auch. Das hoffst du auch, oder? Ja. Das Video können wir nicht veröffentlichen. Nee. Tschüss. Haha. Haha.